Prof. Dr. Raimund Klinkner, Vorsitzender des Vorstandes der Bundesvereinigung Logistik, schon wieder ist ein Jahr rum, dieses Jahr Jubiläumskongress, freuen wir uns sehr, dass wir uns hier wiedersehen. Der Kongress als auch das Jahr 2013 der BVL stehen ja unter dem Motto Impulse, Ideen, Innovationen. Was ist da der Hintergrund? Ja, Basis ist eigentlich ein Zitat von Herrn Klaus Schwab, Chef des World Economic Forums, der sagt, zukünftig wird man nicht mehr zwischen Industrienationen und weniger stark entwickelten Nationen unterscheiden, sondern nur noch zwischen innovationsstarken und innovationsschwachen Nationen. Wenn man das nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt, es gibt beispielsweise eine Studie der KPMG, die besagt, dass rund ein Drittel der heute erfolgreichen Geschäftsmodelle bis 2020 sterben werden. Und deshalb hat PwC noch intensiver nachgefragt, 1.800 Führungskräfte weltweit befragt und die gehen mehrheitlich davon aus, zu über 90 Prozent, dass für das zukünftige Wachstum Innovation wichtiger sein wird als Globalisierung. Und genau deshalb das Kongressmotto. Auch 2012 hat die Logistik Zuwächse verzeichnet, trotz Unsicherheiten und Volatilitäten auf den Kapitalmärkten im Bereich der Währung und in der Politik. Sagen Sie uns, wie wird 2013 ausgehen? Ja, die Basis für unsere Prognose ist in jedem Jahr der Logistik Indikator. Da gibt es drei signifikante Dinge zu verzeichnen. Zum ersten befinden wir uns mit dem letzten Indikator sehr deutlich im expansiven Bereich. Zweitens ist der Gesamtindikator tendenziell steigend. Aber das gewichtigste Argument ist folgendes, die Erwartungshaltung ist deutlich besser als die Lageeinschätzung. Und in der Historie war dies immer ein Indikator dafür, dass es zu einer Aufschwungphase kam. Damit vermuten wir, dass wir mindestens das Rekordniveau des sehr, sehr guten Jahres 2012 in 2013 halten werden und gehen sogar so weit, dass wir auch sagen, das Jahr 2014 wird ebenfalls ein sehr gutes Logistikjahr. Gott sei Dank positive Aussichten. Nochmal zum Thema Innovation zurück. Werden die Teilnehmer auch bei diesem Jubiläumskongress beim 30. Deutschen Logistikkongress Innovationen erleben? Selbstverständlich, wobei wir da weniger revolutionär als evolutionär vorgehen. Beispielsweise können Sie die bekannte Kongress-App nutzen, aber in diesem Jahr personalisiert nutzen. Sie können in diesem Jahr bei einer Media Wall vorbeischauen, wo wir den Kongress in der Reflexion, in den sozialen Medien darstellen. Sie können beim International Meeting Point vorbeischauen, um die internationalen Delegationen zu finden. Oder Sie können in dem Kreativ-Workshop What Would Harry Do teilnehmen. Auch das ist sicherlich eine interessante Erfahrung. Wir sind sehr gespannt, freuen uns auf diesen Jubiläumskongress. Mit Ihnen zusammen Professor Dr. Raimund Klinkner, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank.